möchtest du mir was sagen hallo best of april bin ich am meer oh gott schreckt mich doch nicht so deswegen ist da so ein bisschen so ein dilemma drinnen dieses na nudeln oh nudeln 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 bist du brot sie hat mich hingeworfen sie morit mich das mori habe ich noch nie gesehen ich möchte ganz kurz anbringen dass ich einfach einen headshot mit einer bank gemacht habe und das war kein bausparvertrag ja ich glaube was die nudel geschichte angeht könnte man mich sehr krass in die kritik nehmen tatsächlich weil ich bin eine nudelbunkerin ich habe 12 kilo nudeln gekauft das ist jetzt vielleicht auch der zeitpunkt an dem ich anbringen sollte dass es ein versehen war ich habe über den lieferdienst nudeln bestellt und die waren im angebot und ich habe gedacht hey es sind zwei nun es ist es war halt ein angebot und es war runter reduziert und ich war so geil ich hole mir zwei packungen nudeln und ich habe mich gecheckt dass das kilo angaben waren und habe einfach drauf klickt und so und der hat uns einfach so eine riesige zwölf kilo packung nudeln im karton abgepackt gebracht nicht mal so ein rot das habe ich nicht bestellt stellt sich heraus doch ich bin halt in einem bären gebiet das ist ein bär das ist auch ein bär es ist immer noch hinter mir okay 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 bereit fluchtpläne vor ich bin ein geist ich kann durch türen schweben man kann durch türen schweden oh gott ja entschuldigung wo ist denn die toilette hier bitte nicht das fenster ich möchte meine schwester flach legen also in diesem spiel ha 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 leid public service announcement wenn sie jetzt musik hören feiert ihr nachbar gerade eine party gut ich brauche jetzt die cremen geräusche du brauchst cremen geräusche was für geräusche machen denn cremen creen ach so creen ich habe auch cremen verstanden was ok jetzt ist es erstmal die nivea geräusche und ein bisschen bodyshop creme haben wir auch darüber geredet das ist ja toll jetzt neben dir ich werde nicht aggressiv ich habe mich gerade beschwert ja mein holzhammer ist in meinen händen zerfallen zurück genau und müssen uns erstmal die himmelsscherbe holen damit wir hier weiter können i believe okay i believe i can't fly ups cool wir sind da wenn du eine maßeinheit nach dir benennen würdest was würdest du dann wollen dass sie misst lautstärke ich würde meine axeln vielleicht mal wieder rasieren ja moin pia das mache ich dann heute vor der date night sorry rasierte axeln für den stream ist nicht ich bin wunderschön ich bin wunderschön ähm raclette ist das beste essen der welt lol kurzer random frage wenn du dir eine katze als haustür zu legen würdest ist schnur joker definitiv in der engeren auswahl im real life mit erfolgen in der games zu kompensieren glaube wenn man weniger zeit hat dass das noch mal eine andere geschichte ah meine pommes meine pommes dankeschön chat habe ich die pommes nicht auf pausen ich brauche kein tutorial oder also rückwirkend auf wie viel ich solche spiele gespielt habe ich glaube nicht dass ich ein tutorial brauche oder hätte ich doch das tutorial spielen sollen sind halt dort angekommen und kalle sagt halt seinen namen und dann ist die rezeptionistin im hotel so ah sie sind also blank becker und kalle war so nein ich heiße pascal ja aber hier steht blank ja nein es heißt pascal becker sind wir drauf gekommen die haben halt es ist so dumm ne die haben halt einfach den namen nicht angegeben deswegen war da halt ein blank und das system von oder wer auch immer dieser genie in der rezeption war hat halt dieses blank für da ist nichts also es ist blank einfach vorgelesen und dachte das wäre der vorname slack the fuck overkilljäger kann zwei waffen tragen ja dann bist du ein richtig krasser fecker ja bringt halt nix wenn man nix trifft ne ja da ist dein platzi guck mal ich weiß du bist nicht mehr so auch von mir aber liebe grüße an daloo dabei den kenn ich von ihm was ist das beste geschenk darum mal gewinnen zu lassen eine trommel ich habe die pointe vergessen oh nein das ist ja mega ich habe mal aus versehen 36 gläser vegetarische waschen bestellt weil ich dachte gebinde zahl bezieht sich auf die anzahl der gläser im gebinde habe also statt sechs gläsern sechs gebinde bestellt erwachsen sein ist so schön erwachsen sein ist so lustig ich liebe erwachsen sein wir halten noch so viel schlimmer vor weil die zeit ja noch viel langsamer vergeht wenn du halt dich mit nichts ablenken kannst wie sonst cool oh Gott okay ähm der hatte nicht so wirklich bock auf mich ihr dachtet der typ kann das nicht schon wieder bringen falsch gedacht mal sehen ob du ne leere stelle findest Pia ist angesabbert während ich mein Bräusebärchen in den Mund gesteckt hab weil ich nicht wie viele Pia wie viele Pia sind hier drin Drei Er hat's halt noch mal reingepackt was ein Arsch Das ist niemals einräumen Nein du bist kein Arsch aber Kann nicht sprechen Teil 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 von Teil 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 It´s a me Sure Joka Subscribe to a PLUS Membership Nimm mein Geld Nimm mein Geld Nimm es Nimm das Geld Nimm es Loll Ich muss ich hab die ganze Zeit mein ESO Partnerschaft weiterlaufen lassen Jetzt weiß ich auch, warum ich 50.000 Kronen habe. Gut, wundervoll. Das ist ja schön. Ich bin euer größter Supporter. Bester. Liebt mich. Also an alle, die mich fragen, ob ich aktiv ESO spiele. Ich finde, mit dieser Situation kann ich jetzt ganz offiziell sagen, ja. Ich bin der glücklichste Eumel der Welt. Und ich Eumel, weil es mir gefällt. Und ich Eumel hin und ich Eumel her. Und irgendwann nehme ich eine CD auf und danach ist meine Karriere vorbei, weil ich nicht singen kann. Bestellen Sie jetzt nicht die exklusive und nicht erhältliche Best-of-Shure-Yoga-CD vor. Dann entgehen Ihnen auch nicht Songs wie, meine Pizza is over the ocean. Oh du lieber Killer, ist noch Suppe da? Und ganz neu, der Nachbar singt, wenn mein Hammer schwingt. Du hast wirklich Pulli an. Du bist hübsch. Wie kam ich denn von Poeten-Folterer auf Pizza? Beides fängt mit P an. Gut. Dankeschön für den schönen Stream. Bis morgen um 14 Uhr. Tschö Kakao. Nein, warte mal. Ciao Kakao. So, eher. Käung Gottver. Vielen Dank.